Ach, ich mach jetzt einfach mal Video und dann hat sich das. Das ist spaßig. Nicht. Ich mach jetzt einfach mal Video und dann hat sich das. Ich hätte jetzt auch im vollbayerischen Dialekt schreiben können. Das Problem ist, dass hätte keiner von denen bestanden. Doch, ich... Gib ihn doch. Du vielleicht. Der Rago, hast du jetzt echt gedacht, ich hätte die Wintertarnung? Ignoriert mich immer noch. Ja, Mann. Ich glaube eher, er hat dich gemutet, aber egal. Rago, meine Freundin hat gerade gesagt, komm, ach komm, wir haben uns doch nicht. Ignoriert mich immer noch. Sag zu dem mal was. Sie hat gerade gesagt, wenn du mit mir redest, darfst du sie einmal durchschnudeln. Er will auch dich nicht durchschnudeln. Meine Freundin ist zutiefst enttäuscht von dir. Jetzt bin ich beleidigt, Rago. Jetzt ist er richtig beleidigt. Er sagt bloß, er steht jetzt ganz einfach nur im Spawn da rum, ey, und macht gar nichts. Ja, er hat die Bombe. Er arschloch, bewegt mich. Ich glaube, das ist auf dem Klo, kann es sein. Der ist das Klo. Sorry, irgendwer hat es bei mir nicht geladen. Oh, kein Ding. Konnt mir nicht bewegen. Halt ich die Bombe. Die Bombe, oh mein Gott. Bombe aufgehoben. Elegant wie mein Bein absteigt. Couch. Das war so klar, als ob er wieder alle drei am Staub ist. Sorry. Rago, kannst du jetzt laufen? Ja, jetzt kann er laufen. Achtung. Nein. Aber du Spide wunderbar. Habst du auch ein bisschen abgelenkt. Der redet immer noch nicht mit mir, Alter. Der ist doch kaputt, Alter. Weißt du auch, wie ich die Bombe planten will? Ragon, rede mit mir. Ich will mich selbst und hoch reagieren zu einem Scheiß. Wie der mich ignoriert, Alter. Eiskalt, der Kerl. Häftig. Ragon, hab ich nicht mal lieb. Keine Ahnung. Alter, der mit seiner Scheiß-Acker. Sag mal was, wo ist denn da? Der ist direkt bei uns auf Spawn. Spawn? Der nächste, der hat die Wintertarnung dabei, ist ja klar. Aber jetzt ist er bei Pascal. Ist er tot? Nee, bei der andere. Runde erfolgreich. Feindliches Team eliminiert. Platziert die Bombe an einer strategischen Position auf feindlich... Ach, Ragon, ich ignorier mich doch jetzt nicht. Ragon, ich hab dich jetzt nicht mehr lieb. Geht in Deckung! Ragon, die hocken da oben drin. Also zumindest ist es einer. Hm, locken wir es ja mal raus. Fuck! Ja, das war's dann wohl. Das war's dann wohl. Das war's dann wohl. Wer jetzt gemeint hat, dass er mich von hinten messern kann, weißt du? Oh, Ragon, du hast mir doch lieb. Merk schon, Ragon hasst mich. Oh, ja. Ja, was zum... Zwei sind jetzt, ey. Leute, einer ist jetzt... Ah, scheiße! Ja, komm, einmal. Kann man's ihnen tun können. Ich hab rechts aber auch noch was gehört, das war das Problem. Leicht. Ragon, redest jetzt wieder mit mir. Dekoriert mir immer noch die Sau, Alter! Richtiger Homo! Ich glaub nicht, dass du mit einem aktiven Gesprächsstoff dazu beiträgst, dass er dich nicht mehr ignoriert. Na, fuck! Essen. Du hast aber eine Reaktionszeit, du. Warte, komm, geh hoch! Bombe platziert! Auf zwei. Füße, alles klar. Hinter uns. Was? Komm, lass es krachen, der hat nicht mehr viel. Er sagt hinter uns. So, geradeaus, und dann... Ach, dann ist er gleich. Was? Schade. Lol, warum ist der eine schon jetzt rausgegangen? Einer von denen hat verlassen und er ist geflogen. Nur noch die zweite. Egal, den hau mal schön auf die Fresse und das war's dann. Boah, der ist gleich bei zwei. ein großes hinter dir hinter die lasse krachen hinter dir und der andere war im v2 im zwischen haben zwischen nach unten auf dem boden könnte ihm sagen was er ist ja zu mir gesagt wir wollen ja keine kraftausdrücke verwenden hier wir wollen nicht mehr abbrechen keines kommt das match auf zwei beide auf zwei wir gewinnen die runde schön aber ich schreibe sowieso lief die oder der eine dann so weil du ein cheater bist mhm warum kriegen wir beide keine hp punkte weil wir nicht so freischalten haben weil wir schon alle gegen schöne frei haben ok ja ich bin jetzt dann auch irgendwann fertig ich hab glaube ich noch so vier fünf waffen ja ich mein stell mir vor man ist irgendwann level 70 und hat alle waffen und bekommst du nur noch geld mehr nicht das ende dann brauchst du im prinzip nur noch wip holen und geld verbesserungen den anderen scheiß kannst du weg lassen mhm ja 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 Vielen Dank.